Jetzt schicken Sie mir schnell die Postkarte mit der Nummer Ihres Favoriten an die Adresse, die eingeblendet ist. An diese schicken Sie auch Ihre Homemade-Spots, diesmal zum Thema Erfrischungsgetränke. Daran denken, antialkoholisch und nicht länger als 45 Sekunden. Nächsten Sonntag bin ich natürlich auch wieder für Sie da. Dann stelle ich Ihnen die Leningrad Cowboys vor. Eine Band, die das Erfolgsgeheimnis kennt. Auf die Verpackung kommt es an. Und natürlich gibt es wie immer die schönsten und witzigsten Werbespots der Welt. Das ist natürlich noch nicht alles, also schauen Sie selbst rein nächsten Sonntag. Bis dahin sage ich Tschüss, machen Sie es gut und hier nochmal die Charts im Schnelldurchlauf.